Ich wollte die da rein schieben. Ja lass sie nochmal nach links eben. Ah, dafür können wir die auch nutzen. Damit schießt die Pflanze an. Das geht. Wie damit? Ja lass uns schnell nach links. Komm. Ja rennen. Oh, geil. Boah, cool. Ja toll. Jetzt stirb. Du Arsch. Hä? Wie? Das geht immer? Ja klar. Ich dachte das war ein einmaliges Ding. Von der unten her. Dann lass mich auch leben ey. Warte. Auch mir ist von euch das denn gemacht. Auch deswegen. Hä? Wo ist denn die jetzt? Die wird getötet. Wie das denn? Mit dem ähm. Mit dem Panzer. Ja. Weißt du. So ein Feuerding hält es aus. Aber äh. Ein Panzer nicht. Ey. Oh no. Ich hab trotzdem noch mehr Leben als zu, du Noob. Hol sie dir. Oh. Hol sie den auch noch. Der ist ganz wichtig. Oh. Boah. Boah. Oh. Scheiße. Oh glückerhaft. Jetzt. Nicht. Ne. Ich hab keinen Bock nochmal von neu. Scheiße. Oh. Gleichstand. Jo. Warte. Ich befreie dich hier. Ja. Mach mal. Das ist mal da hoch. Ja. Mit dem Wasser. Ja. Oder. Ja. Boah. Du Wichser. Oder da. Boah. Boah du Wichser. Scheiße. Mach mal. Hilfe. Ha. Schnelle Handbewegungen hab ich drauf Peter. Ach so. du kriegst mich damit nicht. Ist dir mal aufgefallen, dass du bis jetzt kaum gelungen bist? Ja. Geh rein, geh in die Röhre. Ja. Oh, wie so ein Stein. Mario, dein. I hate you. Das wäre ein Leben mehr als ich. Oh. Eine Wunde mit Leid. Obwohl, eigentlich habe ich 30 Leben mehr als du. Lass da links gehen. Nur weil mein Kanal gesperrt ist, sage ich auch nicht, dass ich 30.000 Abonnenten normalerweise hätte. Ne, die zählen ja nicht doppelt. Nein, aber in der Zeit hätte ich normalerweise. Achso. Nach links, nach links, nach links. Na, let's go. Let's go. Penis. Oh, du wohnst so ein Penis, Wichser. Ich tue jetzt in Ruhe. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Schade. Ist hier wenig geoppt? Ja. Kannst nichts gegen mich machen. Oh. 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 Boah. Sorry, war keine Absicht. Nicht. War überhaupt nicht. Komm. Da wird ja wohl episch reingerutscht. Ja. Warte, hier, nimm da. Nimm mal so ein Panzer. Ja, nimm mal so ein Panzer. Ja, komm, lass den holen. Da ist die Münze drin, Mann. Ey, wie mich das aufricht. Guck mal. Sollte es dir eine Münze, scheißegal. Wohl machen und wer fragen. Boah, sauber. Warte. Ja. Oh. Nein. Ja, Korb, ne? Ich kann ihn mir nicht verkneifen. Ah, cool. Da kann ich ja durch. Ja, war doch geplant, aber du hättest da durchrutschen können. Ihr habt das jetzt nicht gesehen, aber er hat abgespackt. Ey, was, was war das jetzt? Scheiße, war da da. Hier kommt. Okay. Jetzt wieder Freunde. Ich brauche, ich muss nicht benutzen. Ui. Ach du Scheiße. Nein. Sauber. Wieso sauber? Wir sind gerade im Korb, oder? Nein. Nein. Okay, dann machen wir das Level auch noch feindlich. Äh. Ja, jetzt hättest du sterben müssen. Dann hätte ich dir richtig gegönnt. Scheiße. Okay, geht doch. Ja, halt nicht auf. Oh, Mist. Boah. Schnell. Nein. Boah. Das war da knapp, ey. Mein Sprung verhindert. Hä? What the hell? Was war denn das? Benutz das. Ja, aber wie? Jetzt sterb bloß nicht. Dann schläfst du sowieso, weil ich das gesagt hab. Oh, doch nicht. Ja. Was war denn das jetzt? Oh, cool. Danke. Kein Problem. Er ist da. Das war aber knapp. 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 Mal war ich da da auch noch. Scheiße. Die Misha von hat nicht. Und wie geil du danach wie ein Stein runterfällst. Ja, außer vorhin. Grad war in der Luft. Ja, jetzt auch. Du warst ja zweimal in der Luft. Ja? Ja. Oh mein Gott. Ähm, kann halt sein, dass so Wii Pads auch nicht viel aushalten. Weil, überleg mal, wie oft wir schütteln und so. Dann musst du ja irgendwann mal einen Schaden haben. Achso, nee. Aber da bin ich ja auch nicht. Spast. Aber der war gut, ja? Dachte ich mir. Ich bin doch da mal. Ah. Meine Rettung. Nein! Das war auch noch so ein Contest. Ja. Die Kisten geöffnet. Die Ding, äh, Ding eingesammelt. Die Ding gestorben. Ja. Weil ich mir alles noch mal angucken müsste und dann noch arbeiten und so. Du musst lieber Alcania, als ich die Gesichter reingebracht hab. Fiel mir ja später ein. Noch mal alles angucken, ne? Mhm. Ich hasse doch nicht selber zu sehen, hören. Äh, wieso ist er jetzt das Fenster groß geworden, dass die Maus bewegt? Ne, eigentlich nicht. Ma! Oh, der Riesenpenis. Soll ich der Riesenpenis holen, ey? Mach. Ah, jetzt ist er wieder Coop. Mach. Mach nix. Oh, sauber. Guck mal, wie nett er ist. Oh, ich... 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 Ich würde... Ich würde dich dazu lieben gerne. Rainer, warte, warte, die Blume. Boah, ist das ein Riesending. Ja. Ich muss sagen, der ist immer größer als meiner. Warte, bleib stehen. Und da links ist ne Öffnung. Ich weiß. Boah, ich dachte schon wärs tot. Hat man deutlich gesehen, dass da ne Öffnung ist. Boah. Boah. Hauptsache den Penisarmer verletzen, ne? Gar nicht brutal. Ey! Mal, lass mich den noch nehmen. Ich wollte dich da gar nicht reinwerfen, gerne aus. Boah. Oh nein! Scheiße, der Penis kommt! Nein! Penisattacke! Ey! Oh, sauber. Ein Problem. Boah. Ich war sehr schwank machen. Ich könnte dich jetzt zurecht nehmen, ne? Aber gut, dass die Coop ist. Mach! Ach komm. Ja, genau. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ach, du bist raus. Ja. Aber es kommt Penis von oben. Lassen die Penisse von heute, lass dir auch immer was Neues einfallen. Boah, ich hätte die jetzt schon so oft töten können, das ist so traurig. Noch nicht? Nein. Giegt doch gut. Boah. Das ist geil. Kennst du das? Hä? Ne, hab ich noch nie gesehen. Wie geil ist das? Das war dumm. Penis. Ja. Aber knapp. Boah, der Penis. Wow. Oh nein. Boah. 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 Der Penis will was von mir. Hier sieht man auch nochmal ganz gut, dass wir beide nicht auf Penisse stehen. Ah nein. Ja hier, nimm. Nimm, 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 nimm. Sind wir besser im Bosskampf unterwegs. Boah, ruckelt das? Das ist so weird, die darf gar nicht ruckeln. Boah. 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 Und was ist da oben? Das sieht auch verdächtig aus irgendwie. Ich glaube da ist die letzte Münze. Da sind die Eier. Dauerfeuer. Boah. Diese Dauerfeuer. Boah. Das ging gut. Hä? Da ist ein Penis. Ach komm. Ma. Alter. Nein. Nicht 4-2. Ich glaube ich kann gar nicht mal einen holen, oder? Achso. Kommt doch rein, Schlüssel. Gott sei Dank. Du Penis. Scheiße. Jetzt haben wir den Penis von Bowser schon mal ein bisschen, ne? Wieso können wir das nicht? Ja. Ich meine wir können wah, 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 machen. Aber er... Gehen wir nach unten wieder. Ja. Er ist nach rechts. Unten. Er ist nach rechts. Er ist nach rechts. Ah, schneller. Oh. Jao. 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 Was? Jao. Jao. Dafür haben wir doch den Trichter. Beim Rennspielen. Hast du den eingeblendet? Was? Den Trichter? Ja, klar. Cool. Sogar passend zur Musik. Wenn du euch daran nicht mehr erinnert, dann guckt den ersten Partner mal an. Das war relativ am Anfang. Haus. Ja. Oh yeah. Boah geil, Winniepilz. Die Winnie nutzen, weil wir irgendwie scheiße sind. Erro. Wie wusste ich das? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Boah sauber ey, sauber ey, sauber. Ne, da unten ist einer. Oh, da nicht. Achso, da nicht. Achso, da nicht. Achso, da nicht, ne? Aber wenn mal da war. Scheiße. Ich hab nichts gesagt. War trotzdem gut. Ja. Nächster gucken wir doch mal hinter den Monitor. Das wär so geil, ne? Du guckst hinter den Monitor und dann... Ja, genau getroffen. Lauf doch nicht da durch. Warum nicht? Warum nicht? Du hast nur 8. Was ist das überhaupt nochmal für ein... Achso. Kannst du mal in eine andere Richtung gehen? Oh, das ist nach Flow gestört. Ja, das war sehr einfach für mich. Aber 3... Was will man mit 3 Pilzen? Was will man mit so vielen Pilzen anstellen? Kannst du 10 mal in jedem Level verkacken? Du hast immer noch genug Pilze. Du bist ja riesengroß. Ja. Ich esse jetzt alle. So am Ende des Spiels. Die ganze Farben. Ja. Wie viele Herzen haben wir denn? Hä? Wie du meinen. Nochmal. Danke für's. Ey, ich hasse das. Sind wir Kurv? Ja eben, wir sind sowieso Kurv. Ne. Schloss oder Kurv? Achja. Das kam mir nur so feindlich vor. War aber so Erschelmann. Oh. Komm, bei dir dein Yoshi. Ach, mein Yoshi! Oh. Ich brauche gar keinen Yoshi. Oder? Will ich den morgen? Ma! Ach, Mann, oh. Was wollen wir mit dem Yoshi? Was wollen wir mit dem Yoshi? Guck doch mal, wir können sowieso fliegen. Ist cool. Du willst Yoshi nicht mehr. Ey. Yoshi, mach jetzt keine Faxen bitte. Mach jetzt keine Faxen bitte. Ma. Ach, Mann, oh. Komm, komm, komm. Ach, Mist. Du bist. Du bist. Boah. Schade, Mann. Du bist. Du bist.